1 Wir lächeln, wir scherzen, wir gießen die Blumen, wir sind lebenswerte Nachbarn. Ich bin unzäulich. Ich bin unzäulich da. Ich bin unzäulich. Ich bin mir ganz sicher, niemand versucht, Ihnen was zu unterstellen. Ich glaube, er hielt etwas in seiner rechten Hand. Vielleicht ein Messer. Wenn Sie nach mir gefragt werden, können Sie sagen, dass ich eine ausgezeichnete, zuverlässige Bewohnerin bin? Zwei. Und wenn es keinen Täter gibt? Es gibt doch immer einen Täter. Ich fühle mich nicht so gut. Eine Bewerbung bei uns ist doch nicht ein Ort für Verzweiflung. Trotz allem. Bitte komm raus. Jedes Mal, wenn er Fahrstuhl hält, kannst du aussteigen. Was dann? Das stimmt. Tue ich aber nicht. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir noch am Leben sind. Wir können uns glücklich schätzen, wenn wir ganz sicher, dass wir uns glücklich schätzen. Das stimmt. Untertitelung des ZDF, 2020